hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mein geschäft hier mit mir im razergames ja in der letzten folge haben wir wieder geräumt wir machen aber weiter kommen wir das ist es in der letzten folge war hoffe ich zumindest sonst habe ich mich angeguckt das macht mich sehr traurig okay ich mache aber mal kaputt das heißt die holzkiste die holzkiste hat immer wenn man dann 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 die holzkiste woanders sind verfracht ich habe er je noch genügend können wir auch hier im raum machen oder auch die ist gerade dämlich ich weiß es nicht also ob ich sehe ich finde es ist jetzt die außer frage aber wie wir es hier machen soll das weiß ich nicht ich glaube ich glaube das aber mal ganz wagemutig tut was nie drin und ist okay so viel zeit ist aber auch mal so und dann kabel dies kommt hier hat man schon was wir mitnehmen dann würde ich mal sagen wir machen hier holz was wo sind die schilder hier dann ist es ja einfach holz ja aber ich habe groß geschehen holz dann haben wir gar nicht eine fackel weg gemacht hier hat gar keinen sinn ich meine fackel ist überhaupt da noch mein gefühl der mich ach so jetzt komm her es muss essen so weg ach so warte mal ein neues stress kann ich da rein tun Nein, keine Erde Und auch keinen Sandstein Das hier alles Guck mal, hier haben wir noch ein gebratenes Hühnchen Das kommt da rein Pflanzliches, nein Pflanzliches kommt so Die Tür kommt in Holz Dann noch die Zäune, kommt nur in Holz Dann das andere Sand, das ist Sand, das ist Sand Das ist Sandstein, ja mein Gott Sandstein, Sandstein, so Dann hier Monster Stuff, kommen Knochenpfeile Die verrottende Fleischstückchen Oh, dann muss ich hier noch das Holzding Aber gut, hier ist sowieso nichts drin Dann kommt einfach die Kiste hier weg Weg da, schreck So Ähm Ja, dann kommt nämlich hier Warte mal Dann muss ich jetzt vielleicht sogar nochmal dasselbe machen Oder warte mal Wenn ich jetzt richtig gut bin Passt das alles Halala Mal hier runter gehen Weil sonst bin ich nämlich hier wieder eins Und sonst bin ich zu weit unten Äh, das heißt wir brauchen Treppen Pfff Und sonst bin ich gleich nochmal was So So He 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 Und ich mich auch mal nicht erschrocken Hab, ne, so So, manchmal He 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 Aber diesmal so Okay Hallo Creeper Schön dich kennenzulernen So Aber wir sollten ja was kaputt gemacht Er war doch im Wasser, oder? Oder war da gerade aus dem Wasser raus? Good question, man So Und, äh Hier muss noch Erde rein Oder eben Pflastersteine Ja Dann kommt's hier Warte mal Dann ist hier einfach schon der Raum Würde ich sagen Allerdings müssen die Items hier noch irgendwie Hintransportiert werden Haben wir denn den Eimer dabei? Wo sind denn hier unendlich Wasserquellen in der Nähe? Ich muss zu unendlichen Wasserquelle Hat da jemanden Weg? Hier Guck mal da Wasser Lalalala Das ist was ich denke Den Überflutung Geh, ist mir egal Äh, man Lala Wir schwimmen hier ins Wasser Weil wir ganz cool sind So Ähm Ich hab ne Idee Warte mal So Ne, aber das war nicht meine Idee Sondern Ähm Ich zähle das nämlich jetzt hier auf 8 ab Ich mach das erstmal alles wieder weg hier Ja, weil ich bin nicht eben Ich mach, boah, ich mach's vielleicht wieder weg Ähm Warte mal Wie kann ich denn Wie kann ich denn hier auf 8 abzählen? Oh Gott Warte mal erstmal so Weil so bin ich ja Raum hier So und so Schaufel Liebeschaufel Dann Warte Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So Hier muss das Wasser runterfließen Passt sogar fast Jetzt muss ich mal gucken Jetzt muss ich mal gucken Jetzt muss ich mal Irgendwie Warte mal So und so Eigentlich hat er da Egal, was jetzt hier hinkommt Aha, Creeper Bist du dich verarschen? Alter, ich muss hier unbedingt mal zumachen, ne? So Hier war nämlich auch mal Und ich war auch immer mit Treppen Voll dämlich So, warte Dann kommt nämlich hier auch mal alles weg Hier so 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 Und Pflasterstände rein Also jetzt mal abzählen Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hier Das heißt hier Komm weg mit dem scheiß Schild Weg mit dem scheiß Fenst geht Hier Nachdem muss ich das richten Sonst kriege ich hier einen Vogel Aber das fest mal nach jedem aus Weil ich bin nämlich immer so ein Typ Der teilweise einfach noch scheiß baut Kann ich hier abnehmen Nö Okay La 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 Schupp, 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 schupp Achso Perfekt 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 Und dann, guck mal Eigentlich kann man doch Das hier so weg machen, oder? Lassen wir uns hier ingetrieben werden Dann kann ich hier Kloppen, 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 kloppen Dann kriege ich hier die Items raus Das Ding ist aber Ich brauche auf jeden Fall Noch mal einen Wassereimer Weil Weil, 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 weil Ich Hier bald noch einen Wassereimer brauche Ne, weil Ähm Ich hier von der Seite Weil ich mache mich dann hier dicht So Dann muss nämlich hier von der Seite Noch ein bisschen Unterstützung kommen Sonst haben wir ein Problem Die Frage ist nur, wie ihr verheilt So Ne Noch ein bisschen weiter So Ja, genau so Ähm Ja, das ist nämlich auch nur der Prototyp jetzt Weil ihr müsst nämlich rüber Als Obsidian rein Aber so in etwa Könnt ihr euch die Falle vorstellen Jetzt muss ich das nur noch mit da oben gebacken bekommen Ach so, warte mal Wenn ihr mal nach oben gebacken habt, da oben auch Endliches Wasser Jetzt müssen wir halt dann noch in die Höhle gehen Beziehungsweise wir haben noch unsere Ja, wir haben noch unsere Diake verloren Ich habe sogar mal den Elikter noch An dem Deathpoint Weil der Chang ist ja nicht aktiv Ist ja ein Loch Ne Ach, leck mich nochmal Das war da Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hier muss das neue Wasser hin Das heißt Hier muss das Schild hin Dann war ich das Da war doch kein Wasser, oder? Oder wenigstens Paronid Warte mal War da was? Nö, anscheinend nicht Hm, egal So, guck mal Das mache ich ja auch gleich mal richtig, ey Dass hier keine Dinger draufstehen Wieso spürt da eigentlich gerade wieder XP um mich rum? Naja, egal Macht's halt mal so, ne? Eins Und Äh Zwei Und jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe Sollte man Meinen Dass ich hier zumachen könnte Theoretisch Äh, ich bin Monster Perfekt Fuck Ne, lass ihn mal da Weil wir müssen das erst später Ein bisschen Obsidian farm Dann kriege ich hier meine Items raus Meine XP und alles So, ich mache hier mal dicht Damit hier keine Dinger reinkommen Fürs erste Ähm Wird sagen Wir machen es einfach mal Bereit für eine Expedition Eine Expedition So Ähm Wir haben da hier noch ein bisschen Iron Dann machen wir mal Ja, neun Spitzacken Ne, natürlich drei Spitzacken Boah, ich habe ja Holz Nein Ach So, hier kommt die Erde rein Warte, ist das Fenster Ah, jetzt bin ich gerade vorhin in mein Mikrofon gestoßen Das ist doch nicht besser, wir machen Einfach mal Ja Wir haben noch, haben wir Nacht Im helllichen Tag Dann gehen wir einfach gleich mal los Oder zur Expedition Haben wir alle Das ist schon noch, ja Hallo Spenne Ich liebe dich auch So, Brot habe ich da mal mit Nicht mitgenommen, aber naja Wir brauchen Boote Scheiße Haha, verdammt Oh man Ja gut, besser hier hätte der Sandrüben irgendwie Wüste Es ist nicht keine Holze Holzerhaft, genau Bäume ab zum Fällen Besser so Ich habe kein Zombie gehört Kommt, habe ich jetzt hinten Auch so dunkel ist Manchmal hier zu Wenn du sattst, wo du bist, dann können wir uns ein Metal liefern. So. So, wir gehen jetzt einfach mal hier dann lang ins Meer. Die Koordinaten vom Haus müssen wir noch haben, wenn nicht irgendwo eben eins von meinen Videos an. Könnt ihr auch nicht auch machen, ne? So. Tschüss, Idioten. Oh, oh. Okay. Ich weiß nicht, war mir hier schon mal? Also, jetzt in der Richtung. Kann ich dir nicht sagen. Du mir wahrscheinlich dann auch nicht. Mal ein bisschen besorgen, wir fahren Schlangenlinien. Das ist so. Ähm. Bau dich auf. Okay. Gut. Also, wie geht hinten? Das sind solche Schwärme, ne? Glaube ich. Ich meine es ist aber nicht. Aber ich glaube es ist bloß. Also, die Welt baut sich irgendwie normal auf. Das heißt, ich glaube wir waren hier schon mal. Weil wie krass es hier aussieht, ey. Ich bin so. Okay. Das ist so. Okay. Das ist so. Ich weiß nicht. Das sind so. Ich bin so. Das ist so. Möhn. So. Oh, schön. Ja, ich würde sagen, wir erkunden in der nächsten Folge weiter. Dann ab der nächsten Folge gibt es auch wieder 20 Minuten, 25 Minuten Folgen. Das weiß nur, weil ich jetzt in London war. Oder jetzt, dann geht's, wenn's dir nach meiner Zeit geht. Und mit einem anderen sagen, wir sind's in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast. Das freut mich sehr. Was mich immer noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Beweis unterlassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss. 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 Tschüss.